So, gerade noch so geschafft, in wenigen Sekunden updatet sich schon der neue Fortnite-Shop und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich werde natürlich auch heute wieder auf den neuen Shop reagieren. Also, falls ihr neu seid, lasst unbedingt noch ein kostenloses Abo da, dauert nur eine Sekunde. Kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken. Und ja, dann schauen wir uns jetzt mal an, was so Neues reinkommt in den Shop. Ich hoffe, was Neues. Let's go! Und... Boah, was zur Hölle? Alter! Falkenleiter! Heftig! Nice! Okay, und dann auch noch eine neue Lackierung. Nice! Direkt wieder zwei neue Dinge. Geht doch gut weiter, da ich mich so gemeckert hatte, dass nichts Neues hier in den Shop kam. Heute direkt wieder zwei neue Sachen. Das schaut doch nice aus. Ja, starten wir direkt mit dem heutigen Shop, und zwar mit der Kunja. Da haben mir besonders die Farben ziemlich gut gefallen. Dazu gibt es noch den männlichen Skin, der Kenji und noch die Schnellschlagshacke für 500 Wax. Das war ein relativ basic Sound. Und dann kommen wir jetzt schon zum Highlight des heutigen Tages. Das ist für mich auf jeden Fall das Highlight. Und zwar ein neuer Gleiter. Er heißt Falke. Einer der wenigen legendären Gleiter. Und dann schauen wir uns direkt mal an. What the fuck, Alter? Richtig geiler Gleiter. Machen wir nochmal. Mit so einem Falkenschrei dazu. Sehr, sehr cool. Der gefällt mir sogar noch besser als dieser Eisdrache, beziehungsweise der Lavadrache. Einfach weil er nicht so vollgeballert mit Effekten ist. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den findet. Ich werde ihn mir jetzt auf jeden Fall direkt holen. Und Leute, ich werde heute deswegen auch das Gewinnspiel ein bisschen anpassen. Denn aktuell verlose ich ja eigentlich jeden Tag 1000 Wax an all meinen Abonnenten. Aber ich denke mal, da heute so ein geiler Gleiter drin ist, werde ich heute direkt 2000 Wax verlosen. Dass man also sich den Gleiter hier direkt holen kann. Wenn ihr also die Wax haben wollt, alles was ihr tun müsst, um die Wax zu bekommen, ist einfach nur, diesen Kanal hier zu abonnieren. Also kurz runter scrollen und ein Abo dazulassen. Dann dem Video hier einen Daumen nach oben zu geben. Und heute ein Hashtag Tag 7 schon in die Kommentare zu schreiben. Noch drei Tage geht meine Aktion hier. Also ja, einfach nur abonnieren, Daumen nach oben geben und einen Kommentar mit Hashtag Tag 7 schreiben, um hier heute gleich 2000 Wax zu bekommen. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Verge Skin. Einer meiner Main Skins, die ich benutze. Ich finde, der Preis ist einfach super gut. Für 800 Wax schaut der Skin richtig geil aus. Die Hacke ist in Ordnung, sauberer Schnitt heißt sie. Ja, geht auf jeden Fall klar. Und dann haben wir noch den Gleiter, die Divergenz, wo dieser Partikel-Effekt hier hinten, dieser Strahlen-Effekt ziemlich geil ist. Auch ein richtig, richtig guter Preis. Und da kommen wir schon zur rechten Seite, wo wir erstmal das wahre Herz drin haben. Eine richtig geile Melodie kann ich auf jeden Fall empfehlen. Was ich nicht so empfehlen kann, ist dagegen die Filet-Hacke. Die gefällt mir ja nicht so gut. Ja, dann haben wir noch den Scorpion-Skin. Der gefällt mir wiederum sehr gut. Dann haben wir noch den Blenden-Skin für 1200 Wax. Habe ich früher recht gern gespielt. Inzwischen habe ich den schon seit Monaten nicht mehr benutzt. Dann haben wir noch den Gekonti-Mode. Hm, finde ich eher ein bisschen komisch. Und im letzten Slot des heutigen Tages dann noch ein weiteres Highlight. Und zwar die neue Lackierung. Verbannt heißt sie für 300 Wax. Schauen wir uns den mal an. Ja, bisschen heller mal. Oh, das schaut eigentlich schon cool aus. So fast komplett weiß. Ja, gefällt mir. Oh, besonders die Sniper sehen natürlich ziemlich cool aus. Und die Diegel. Ah ja, der Bogen ist jetzt auch noch drin. Ja, ich würde sagen, die werde ich mir auf jeden Fall mal holen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die so findet. Schreibt doch gerne einen Hashtag Tag 7 dazu. Wenn ihr heute am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Ich verlose wie gesagt heute 2000 Wibugs direkt an all meine Abonnenten. Also einfach nur ein Abo da lassen. Daumen nach oben geben. Und dann heute ein Hashtag Tag 7 in die Kommentare. By the way, der Gewinner von gestern ist der liebe Sarah Toga NBK. Er hat gestern die 1000 Wibugs gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch an dich. Und dann, ja, war es das schon zum heutigen Fondetshop. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Habt alle noch einen entspannten Tag. Und dann nachher bis zum nächsten Video. Macht's gut und not rein. Tschüss.